Hallihallo, hier ist wieder Mütz von XY. Einfach Mützi. Jetzt geht es weiter mit Faktorio. Teil 20 schon. Ich möchte hier nochmal ein Bocke-Schützturm hinsetzen. Ist mir irgendwie ein bisschen lieber. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Okay, wir brauchen Strom. Strom brauchen wir nicht. Äh, dir. Aber Strom? Wir haben da auch wohl die Windmühlen gebaut, oder? Also, wir brauchen die Windmühlen, das ist hier oben. Wir brauchen die Windmühlen, das ist hier oben. Okay. Ja. 74 reicht von hinten noch nicht. Okay. 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 Warum ich hier zu viel hinmache, weil ich Angst habe, wenn die mal hier reinkommen und das, dass das autark läuft. Okay. Okay. So, schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, wir hatten hier auch noch Dinge gesetzt. So, wir können ja noch. So. 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 Fertig, 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 Fertig. Und da oben drin da. Okay. Und da oben drin. Okay. Und da oben drin. Da ist falsch. Okay. Ich bin gespannt. Weil wir wissen darüber. Da ist ne Röwe. Nein! Uh! Okay, wir müssen es gerade machen, sonst häng ich nicht mal hier rum. Okay, wie kann man das auf die 2 schalten? Wie war denn das? Wie machen wir das das mal noch so? Wie kommt man das noch rüberschalten? So. Okay. Leute? Wir haben verloren. Wir haben verloren. Hm. Wie lange geht denn das noch? Uff! Okay. Okay. Morgue unser Loot, ey. Scheiße, ey. Böhm. Vielen Dank. Das ging verdammt schnell, ja, zum Beispiel sagen. Oh, Mann. Das war Scheibenleiter. Das war Scheibenleiter. Wo haben wir denn die Roboter? Das war's. Das war übel. Okay. Die sind wirklich übel gewesen. Okay. Na gut. Ich denke mal, für's erste Mal spielen, wieder seit langer Zeit, haben wir Scheiße gespielt. Aber wir können jetzt nochmal neu anfangen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Ich sagte in dieser Hinsicht, tschüss und bye bye, euer Melz.